hallo und herzlich willkommen zurück zu grauen so da sind sie die bahnhausen sie sind wieder da ich hab sie wieder gezähmt und was finde ich denn noch hin zur seite jetzt mit nicht ganz sie mit ich vielleicht auch noch ein bisschen drüber wenn ich der hier schon er steht nicht gerade außer als wollte halt verhindern dass die doch dahinter laufen die baggen sich nämlich immer im boden fest ist jetzt da einer drin aha muss die ablegen gut hier ist der egon drin alles klar das ist auch egal oder was muss doch liegen war genau essen ist drin hier so essen ist auch drin es ist nicht gerade das geht nicht das geht nicht bisschen in die richtung der schlimmer als vorher kann es ist es ist nicht irgendwie richtig warum nicht jetzt hoffentlich bangen die sich nicht durch das haus jetzt noch hinten das wäre extrem dumm aufgaben nur noch erledigt oder ja dann geht es jetzt von neuen aufgaben abholung und zeichnen wir außen mal wieder ein paar wände an und zwar die komplette höhe essen brauchen wir natürlich auch haben wir das eine hier dann und 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 so ein paar fundamente können wir setzen ich habe einen pilz vergessen dann ist das jetzt halt so man hört die schule da die spinne irgendwo ist zu dann rechts rum so eklig ja ja ich sage hat sich wirklich ätliche quatsch ja quatsch noch nicht immer zeigen schauen wir mal schon wieder bombardier käfer auch mal mal gut die 500 punkte art netz spinne und stech möcken das ist doch ich habe jetzt keinen bock für quatsch da hinten sind sie unsere unsere rutzelkäfer so kann ich nennen wir heute mal ein bisschen was kommt du kommst auf den grill so man sieht es ja innen ist die wand höher als außen sollte aber nicht so sein andererseits wenn ich jetzt innen die wand liefer hätte als außen würde das was aussehen und wenn keine fenster drin oben aber aussehen wird das schon nach naja wir gehen erstmal hier hin die tür zu und dann sitzen wir unten noch ein paar fundamente und wahrscheinlich geht uns gleich der ton aus sieht so aus 20 hier 8 ok langsam wird die hälfte hätten wir das war nichts da hin ein fundament kann ich noch setzen ok jetzt fehlt ton hier unten zufällig unter mir ton hier oben hier oben hier oben hier oben ich wollte schon mal die steine reinballern es hat geht ja nicht überall hier wird es jetzt zum beispiel nicht hier keine verbindung hier im krieggang durch ist aber hier geht ein paar steine über ja es ist der wolfsbarsch ist unter uns ein ok dann sitzen wir mal wie wild wende ganz normale wende hier drauf ich kann mir ankommen dann hier ist dann fenster hier haben wir noch ein fenster der kampf fenster doch hier ist ein fan was ich das wohl austauschen gegen ein fenster hier ist ein fenster machen wir die fenster vielleicht mal zuerst und hier kommt in die mitte ein fenster das wechselt sich immer so ein bisschen ab hier gibt es ja kein draußen und kein drin dingern oder gott sei dank sonst hätte ich jetzt alles wieder falsch macht so ich hab ein paar fenster vergessen zack zack hin und da dann kommen die rundungen nach sind klickt so hätte ich jetzt schon bilden drinnen könnte ich hier komplett fertig machen aber ich nicht so dann hätten wir jetzt eine seite fast komplett haben wir nicht wie der fenster vergessen uns da und hier im fenster dahin nicht wahr dahin und hier noch so ein teil ok immer dadurch immer hier könnten wir sogar schon bauen dann nehmen wir uns morgen auch steinchen raus und fangen an zu bauen schon richtig der pfeil kommt auch immer nur da wo er will kann ich darauf hüpfen war nicht damit war man kann ich aber bauen tut er nix ok ok jetzt hier geht aber noch mal heute gehen ok anstrengende dann kommt hier oben ja nur noch entführungszeichen zinn drauf in den linken naja komm ok ist hier auch so einfach dass das ist echt kacke bringt so nix also machen wir das ja ich brauche weil und ich brauche stimme weil es kein problem stimme denn noch genug ein paar habe ich noch stimme das alles das ist alles ich das mal testen kann ich hier hoch hüpfen kann ich sogar deuten auch hier gar nicht nichts bauen und bin ich da nicht oben kann ich auf die ständer hüpfen geht sogar es ist denn möglich hier auf die lampe zu hüpfen leider nicht auch kommen macht nein würde ich nicht jetzt ist es drin ok ich bin nur noch das ich da drauf komme ich da oh mein gott ich komme da drauf perfekt perfekt hier brauche ich nichts hier komme ich auch so an ein fenster drin doch kurz verwirrt das lichtchen darum wieso liegt denn da jetzt nach der rutzelkäfer habe ich nur noch drei baue ich das ab dann habe ich vier mehr als vier nützt mir auch nix ja was ist zu tun stämme sammeln heute noch mal hier endlich doch aufbauen oder schon wie jedoch hinkommen oder mache ich denn jetzt schon wieder ja rüber gehüpft warum schleppe ich einen stamm mit mir rum jetzt jetzt habe ich keine steine mehr mit ich klasse ok gut dann ist heute zwar nicht viel passiert aber ich bedanke mich trotzdem fürs zuschauen dann gehabt euch wohl und tschüss bei nem